Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Und es regnet, okay. In diesem Part, das ist ein spezieller Part, weil bei Part 18, wie ihr bemerkt habt, da hab ich ja gesagt, der Kampf wurde irgendwie von Camp Taser zerstört. Und irgendwie hat das Camp, mein Speicherstand nicht irgendwie gespeichert und ich musste irgendwie von vorne machen. Da hab ich mir gedacht, ja, da kann ich euch mal den Kampf zeigen, also, ha, hier kommt ein Monsterschwarm. Komm, Roxas, die wollen wir fertig machen. Okay. Rempo, pempo. So, also, jetzt kommt der Bossfight, was ich meinte, äh, ich meinte, diesen Monsterschwarm. Äh, okay, Speichermoom, iiih, okay, so, okay, das hab ich jetzt auch geschafft. Ich zeig euch mal, was ihr alles verpasst habt. Und nicht alles erzählen, ich zeig euch jetzt lieber, das ist viel, viel besser. Beim nächsten Part geht's dann weiter, wo ich dann letzten bei Part 18 aufgehört habe. Ich muss sowieso dahin wieder spielen, das ist scheiße, aber was soll man machen? Mein Computer wurde ja deformatiert, also alles wurde gelöscht, Spielstand musste alles nochmal. Ach, das war das Beschissenste. Einfach beschissen. Wo ist der andere Fettsack? Okay, nach den Fettsacken kommen ein sehr schwieriger Gegner. Okay, komm her. Komm her. Komm her. Und... Ja, schrei nicht rum, ihr Fettsack. Aber jetzt kommt der Gegner, den ich meinte. Der Minotaurus. Den muss ich jetzt besiegen. Scheiße, wenn er mich jetzt getroffen hätte. Boah, der wäre ich weg. Okay, nochmal macht er das. Aber ich mach ihn jetzt fertig. Schwert-Action. Schwert-Action ist gut. Stirb da. Oh, mach er wieder. Ah ja, jetzt kommt noch mehr von den Spastis. So. 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 Okay. Okay, komm, jetzt mach ich einfach so. Töten. Zieht ja viel, viel mehr ab als diese normale Schwert-Technik. Stirb doch, verdammt. Dankeschön. Und kommt noch eins? Ja. Es kommt noch eins, verdammt. Egal, ich mach das jetzt mal. Hm. Verdammt. Ich hatte ja so wenig Leben. Geh fortsetzen, ist klar. Verdammt. 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 Ach, scheiße. Ja, okay. Okay, ich muss eh... Ich muss... Ach, verdammt. Falscher Knopf. Wie kann ich mein Leben wieder sehen? Scheiße, das hab ich jetzt wieder vergessen. So. So. Was mit der Kopf... Ja, mit dem Knopf konnte man sehen, wie viel Leben ich habe. Und ich weiß nicht, wie man mein Leben auffallen kann. Hab ich letztes rausgefunden. Okay, jetzt komm er... Boah, da hätte ich mich fast getroffen, der Fettsack. Okay, wo ist der andere? Der ist jetzt auch tot. Ja, schrei nicht rum, du Fettsack. Boah, dieser Fettsäcke nervenvoll. Wenn die jedes Mal schreien... Ja, ja, ja. Ja, ich bewichte, ja. Oh, komm her. Komm her. Komm, 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 komm. Ich schneide dir die Eier ab. Okay, komm her. Ja, ich bewichte, ja. Okay, komm her. Komm her, und weg mit dir. Weg, weg. Okay, jetzt kommt wieder der Minotaurus. Okay, jetzt muss ich meine Lebensanzeige sehen. Einschleif von diesem Bastard und ich bin weg. Okay, das weiß ich jetzt. So, 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 so. Verdammte Scheiße. Verdammt. Okay. Mach doch verdammte... Scheiße. Hätte mich fast getroffen. Okay, komm. So, so, und so, und so. Okay. Inhalt, warte. Wo war das jetzt? Zubehör, Objekte? Ähm, nein, was? Hä? Warte, wo ist das jetzt sonstiges? Verpisst dich. Das wollte ich gar nicht. Inhalt. Verdammt. Wo war das jetzt? Zubehör, glaub ich. Boah, ficke dich. Ficke dich. Objekte. Brot. Und hier hab ich letztens gelesen. Na, wo konnte man das jetzt lesen? Verdammt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich mir das lesen konnte. Also hier. Also GP ist meine Heilung. Ich brauch das jetzt zum Heilen. Und... Nee. Das wird uns später auch was viel nutzen bei einer schwierigen Aktion. Werde es schon sehen. Aber ich will mein Leben auch sehen. Okay, das hab ich jetzt. Und aufladen. Aufladen. Action. Aufladen. Action. Aufladen. Iiii. Boah, stirb doch. So, so, so. So, 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 so. Weil du es kannst. Weil du gut bist da drin. Und... Nochmal. Warte, wie viel von denen gab's da eigentlich? Ich glaub drei Stück oder so. Iiii. 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 Das haben wir jetzt geschafft. Super. Gut, so, da... Denen hast du es gezeigt. Ja, okay. Du hast alle Monster besiegt. Iiii. Epische Musik. Iiii. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Inhalt. Schwerter. Man, ich muss hier wieder alles einstellen. Verdammte Scheiße. Ich hab die ganze Zeit dieses Schwert gehabt. Ah, nein. Das andere. Zu Glück. Ähm. Was könnte ich jetzt alles noch machen? Was, wenn das da drin ist, dann ist es viel, viel besser, oder nicht? Hm, das Schwert sieht viel, viel besser aus. Nein, schwächer. Verdammt. Okay. Das kommt jetzt da rein. Hm, okay. Das haben wir jetzt geschafft. Warte, konnte man nicht das Schwert irgendwie verbessern, oder so? Hm. Das dann raus. Komm rein. Okay, ein Blitzschwert. Sasuke Schwert. Boah. Okay, jetzt. Ähm, nein. Hm, hm. So will ich das nicht haben. Okay, ein Sasuke Schwert. Das feinste. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Karte haben wir. Okay, super. Ich hab lange echt nicht... Das hab ich lange nicht mehr gespielt. Ich weiß noch so im Kopf noch was ich machen muss. Ich höre komische Geräusche. Oh nein, nicht diese Teile. Diese Wuschel-Puschel. Boah, ich hasse die. Diese Wuschel-Puschel-Kuschel. Oh nein, davon sind auch noch mehr. Verdammt. Okay, hier gibt es nichts Wichtiges. Das weißt du schon. Oder gab's da Blumen? Ich weiß gar nicht, was wir alles hier untersucht haben. Verdammt. Mann. Wo bist du? Boah, fick dich. Komm. Komm her, komm her. Ja, so weg mit dir, Spasti. Boah, leckt mich, Leute. Boah, fick dich. Ähm, ist klar. So ein Fetzer kommt jetzt. Juhu, bewischt dich. Juhu. Ähm, wie weit geht es noch runter? Hä, wie weit ging es denn? Achso, ja, okay. Okay, ich hab verstanden. Oh, stört hier, Bastarde. Ich muss auch viel leveln hier. Ja, da hab ich auch bemerkt. Ein höheres Level bin, da bin ich viel, viel besser dran. Okay. Das haben wir jetzt auch. Oh, ähm. Okay, jetzt gehen wir nach oben. Jetzt gehen wir nach oben. Warte, gab's ja irgendwas nicht. Boah, scheiß Biene, verpiss dich. Boah, dieses abgespackte Geräusch, was die wir machen, das nervt. So, so. Geh weg. Kabumse weg. Das war gut so. Dreiweg Ruine. Geh gerade an der Ebene. Und da sind die Fettsäcke. Achso, nein, das sind diese komischen Teile, okay. Okay, 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 okay. Das haben wir jetzt auch. Jetzt kommen die Fettsäcke. Ich lauf einfach mal durch. Nee, 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 nee. Grana Ebene. Grana Turmwald. Grana Turm. Grana Turm. Okay, ich glaube, den großen Fettsäcke habe ich schon analysiert. Okay, das habe ich dann. Ah, das habe ich schon. Okay, Karte will ich haben. Verdammt. Boah, hier gibt es so viel zu untersuchen. Hm. Ich glaube, das mache ich auch. Im nächsten Part, das untersuche ich alles. Warte, die Frösche habe ich schon analysiert, oder nicht? Achso, das sind jetzt Katzenfrösche oder Freie Frösche oder wie die noch alle heißen. Okay. Verdammt. Okay, ein bisschen trainieren schadet ja nicht. So. Verdammt, stirb. Okay, das haben wir jetzt auch gezeigt. Wir haben ja noch fünf Minuten, da kann ich noch euch die Gegend zeigen. Stirb, du Fettsack, der Fettsäcke. Und du, Fettsack mit Kochlöffeln, äh, nein, mit, ähm, Kochhut. Warte, gab es denn nicht diese, ach, diese schnellen Bastarde. Die hasse ich. Du musst mal schnell töten, sonst grabben die schnell einen an und danach weg. Das ist mal komplett weg. Ah, verdammt. So, so, so. Okay, es kommt nichts mehr, super. Die Gegend erkunden, macht Spaß. Die Gegend anerkunden, macht dann Spaß. Was zum Teufel, okay. Ähm, diese komischen Greif. Was, wie viel Leben haben die denn, verdammt. Verdammt. Das wird heftig. Was, hab ich dieses Waffenteil schon analysiert? Das weiß ich gar nicht. Mach gar nicht diesen hier. Ja, das hier will ich haben. Siegerschwert Gladius. Hm, okay. Ich glaub, ich hab das schon analysiert. Scheint's wohl so. Karte. Okay, ich geh mal nach oben. Verdammt. 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 Ich hasse jetzt schon das Teil hier. Okay, ich geh raus. Ich geh raus. Ich hab keinen Bock mehr. Nini, nini, nini. Okay, wir haben schon alles, fast alles hier gezeigt. Okay, Granatumwald. Warte, soll ich nach oben gehen? Nein, ich zeig von Anfang an alles. Ich will alle Teile zeigen. Fettsack. Okay, 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 okay. Ähm. Wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Achso, da geht's zu diesem Baumstampf. Ähm, Baumstamm. Ja, Baumstamm. Warte, oder war das nicht hier? Nein, das war noch nicht hier. Okay. Ah, hier ist der Baumstamm. Baumstamm-Action! Boah, fick dich. Boah. Okay, ich geh so mal... Ach, verdammt. Das geht nicht. Schade, schade, schade. Sonst wäre es geil. Okay. Ja, schrei nicht rum, Maka. Achso. So ist es also. Okay. Hab's verstanden? Okay, dann müssten wir über die Brücke. Da hab ich schon alles gezeigt, sozusagen. Sterb! Okay. Warte, ich hab alles gezeigt, oder? Ja, okay. Ich hab wirklich alles gezeigt. Ich zeig euch weiter die Gegend. Nini. Jetzt brauchen wir die Feuerschwerter. Sonst kommt man hier nicht durch. Oder ich glaube, man braucht normale Schwerter auch noch. Äh, ich meine, man braucht nur normale Schwerter. Dann schafft man das auch alles. Warte, gab's hier nicht irgendwelche ekligen Gegner? Ach, die. Okay. Granatum in den Wald 6. Hier kann man weiter die Gegend erkunden. Ich geh mal weiter nach unten. Frösche. Okay. Granatum in den Wald 5. Ähm. Okay, ich geh da hin. Und wo komm ich hier? Ach. Verdammt. Verdammt. Ähm. Kann man hier weiter? Anscheinend wohl nicht. Okay. 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 Anscheinend kommt man hier nicht weiter. Schade, schade, schade. Schade. Hätte man gerne sehen können. Äh, hätte man gerne gesehen, aber was soll man machen? Warte, gab's hier nicht irgendwelche Bastarde? Ach, den da. Jetzt weiß ich wieder. Verdammt. Der ist so ein ekliger Bastard vom Gegner. Boah, fick dich. Inhalt. Ähm, Objekte. Hab ich jetzt genügend Mana noch, um das zu machen? Verdammt. Verdammt. Ich muss jetzt irgendwie überleben. Warte oder kein Speichern? Ach, Speichern mache ich später. Karte weg. Dankeschön. Nix Buch. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt, glaube ich mal. Verdammt. Ja, leck mich. Boah, fick dich ins Knie. Boah, fick dich ins Knie. Boah, lass dich doch analysieren, Mann. So, so, so. Boah, fick dich. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.